So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Legend of Kyrandia 1, wo wir jetzt endlich draußen sind. So, wir gehen mal nach rechts, weil woanders geht es ja auch nicht lang. Gehen noch mal nach rechts. Hmm, if there's a merchant near here, I'll get new socks. Oh, my head. What am I doing here? Did you transport me magically? You got hit on the head and I dragged you in here. Who are you? I am Xanthia. You must be Brandon. You were a child the last time I saw you. So, what's in the cauldron? A potion for time travel? No, this is my laundry. Oh. Hier, runterwäsche. Did Darm and Brynn at least get all the gems activated on your amulet? I have two. Two? Probably healing and will-o'-wisp. They said they didn't have much magic left. Nobody has much magic left. Can you help me? Why don't you just go up to the castle and give it a try with what you've got? Fine with me. I'll go, but how do I get there? Ugh. Didn't Darm do anything? He recommended I come see you. Okay, I'll give you what I can, but I don't care if you are the prince. I'm not giving up my wardrobe spell or my enchanted aquarium. The prince? Who's a prince? They didn't tell you? I can't believe they would do this. Listen, Brandon, we're in trouble. Go to the enchanted fountain and fill a flask for me. I'll get things set up for your potions. So, na dann, apropos, ja, wir kriegen hier Flaschen. Und wir können schon mal ein paar Dinge hier parken, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. A prince? A prince of what? Of Nigeria. It sounds totally legit. So. Ne, nicht. Äh, empty slot. Ach. So. Sieht schön hier aus, ne? Guck mal hier, Augen. Are you hungry, little fella? Na? Nett, oder? Sehr nett. Achso, warte mal. Können wir jetzt hier noch eine Flasche einsammeln? Ja. Können wir da bestimmt noch eine Flasche einsammeln? Wir können da bestimmt noch eine Flasche einsammeln. So, das sollte reichen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir sind hier. Wir sind jetzt einmal nach links gelaufen. Eigentlich müssen wir nur nach links laufen. Stur nach links. You know. Ahoy there, matey. How goes your quest? I have a few tricks up my sleeve. Are you ready now? Shall we joust? At this moment, I only seek water from the fountain. What a shame. My finger bath is boring now, and I must have some fun. Perhaps some hide and seek will amuse us both. If you need water, you'll have to fix the fountain first. I cannot tell you where to look, for that is neither fair nor fun. So much for enchantment. Aren't there any easy parts? Guck mal hier, eine Tür. Finally, somebody has a front door. Kannst du dich mal anklopfen? Finally, somebody has a front door. Natürlich nicht. Nimm mal jetzt eins an links. Ah, der Kelch. What's the royal chalice doing here? Rumschweben. Können wir den angrabbeln? It's stuck. That's spooky. What holds it there? So. Gehen wir jetzt mal nach unten. Und nach links. I thought I smelled something burning. Ja. Ow! That's hot. Nö, na dann löschen was mal. Let's try this. I did it. I made the flames go out. Huh, does he think I'm stupid? Now I have the crystal ball. And not the balls of steel. Also wieder zurück zum Brunnen. Jetzt können wir jetzt mal andersrum gehen. So, jetzt müsste ich erstmal wieder in der Kelch kommen. Eines nach oben. Eines nach oben. Wie sollst du das mit dem Brunnen benutzen? So, und eins davon saufen wir mal. Wie schön. So, wir speichern wir nochmal. So, jetzt gehen wir nämlich nochmal zurück. Gets. Must. Use. Powers. I'll try it on the chalice. May the swars be with you. Hey. Bring that back. Tja, der hat das allerdings in sein Zuhause gebracht und da kommen wir nicht rein. Also, das war der mit der Frontstür hier. Also, warte mal. Ne, doch nicht. So, jetzt müssen wir jetzt beim Brunnen irgendwie wieder rauskommen. Genau. So, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas machen. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu Xantia. 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 Und bringen ihr das bestellte magische Wasser. First things first und so. Wir brauchen das magische Wasser, Brandon. Na, was ist ein Zufall? Ich habe welches dabei. Hast du es dabei gebracht? Ja, hier. Kannst du saufen. Oder Wische-Einfarben. Oder was auch immer. Danke, Brandon. Du bist ein Prinz. Der Prinz, tatsächlich. Malcom? 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 Ja, hier. Das ist ja, hier. Malcom? Das ist ja, hier. Das ist ja, hier. Kann ich die Revenge geben? Will es mir die Macht geben? Es wird schwierig sein. Ich bin sicher die Royal Vestments haben sich verloren. Malcom probably wears die Krone. Ihr braucht Glück, wenn nichts anderes. Are you Mystics powerless? Kannst du nicht die Chira-Gem? Nur du kannst es jetzt machen. Die Pakt braucht Royal Blood. Was soll ich machen? Let's mix a potion. Go get some blueberries. Weitlich simpel. Einfach nur bis Anschlag. Nach... Re... äh nach links. Bis es nicht mehr weiter geht. Jetzt nach unten. Zweimal. So auch hier geht es nicht weiter. Jetzt nach links. Bei Zufall geht es hier auch nicht weiter. Also laufen wir jetzt mal oben. So hier oben war das Feuer. Dann geht es auch nicht weiter. Deswegen gatschen wir jetzt hier einfach bis Anschlag links. Und einmal nach oben. Und hier sind Blaubeeren. 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 So zweimal sollte reichen. Und jetzt können wir auch wieder zurück gehen. Dann unten und dann nach rechts. Wir können auch einmal nach rechts hier gucken. Ne hier ist nichts besonderes. Und dann nach unten. So und jetzt. Wieder bis Anschlag rechts. So und jetzt. Wieder bis Anschlag rechts. Achso ne. Stimmt. Geht ja nicht. Wir sind ja so rum. Wir müssen ja einen Umweg laufen. So jetzt kommen wir bis Anschlag rechts. So jetzt. Zweimal nach oben. Hier. Hier. Die Sau hat uns den Pokal geklaut. Oder den Kelch besser gesagt. Wir müssen da rein und ihm quasi mal gehörig den Arsch blasen. Das funktioniert aber nicht, weil wir viel zu groß sind. Dann müssen wir also erstmal kleiner werden. Und um das hinzukriegen, müssen wir ein paar Dinge tun. Zampia. Sie ist nicht da. So Jetzt will ich mal gucken Ich glaube, ich habe was vergessen, aber egal Die Blaubeeren können wir mal hier hinpacken Weil die brauchen wir nur hier So, sie ist jetzt weg So, mehr ist hier nicht Aber hier der zerwühlte Teppich Was ist das, ein Zoller? Hallo? Hallo, Zanthia? Wir speichern mal So, wir müssen jetzt eigentlich hier rausgekommen sein Das heißt, wir können jetzt mal Jetzt werden wir nach oben gehen Genau, und jetzt dreimal nach rechts Und einmal nach oben Nice Beach Genau Das ist einer der Hotspots, die wir hier brauchen Wir können hier auch mal Das ist exotisch Na Das ist exotisch Zwei davon mitnehmen Ziemlich können wir auch drei mitnehmen Das ist exotisch Jetzt gehen wir ganz oft nach unten Bis es nicht mehr weiter geht So, jetzt geht es nicht mehr weiter Das ist erstaunlich früh So, jetzt einmal noch mal nach hier Und einmal nach oben Hey, das muss man sich an einer der Zanthia-Toye Genau Das ist so ein Kombinationsding Brauchen wir auch noch Aber erstmal nicht So, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu Ihrer Butze So, das heißt, wir gehen jetzt einmal hier nach links So weit nach oben, bis es nicht mehr weiter geht Genau Einmal nach rechts Und Und Zweimal nach oben Und dann müssten wir wieder an der Falltür rauskommen Also So Jetzt packen wir mal die Orchideen hier hin Und Und was wir jetzt hiermit machen Gucken wir uns im nächsten Video an Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich